das ist ein durchstarten der markt hatte noch am anfang der woche einen deutlichen rücksetzer gesehen was haben die medien geschrieben und die welt ist da nieder möglicherweise das ende des bullenmarktes und tatsächlich ein zu starker rücksetzer ist erst einmal fraglich wohin das ganze noch führt denn das alleine gibt noch kein wirkliches indiz was da als nächstes passiert ich mag immer gerne zwei sachen in kombination sehen nämlich eine starke und schwache seite das haben wir gekriegt eine starke und eine starke seite das allerdings macht diese schwache seite vorläufig erstmal obsolet das heißt wir sind jetzt in einem nächsten bullenmarkt denn wir sind jetzt so stark wieder hoch gestiegen dass eigentlich ein wirklich bärisches bild ein pessimistisches bild beim dow jones jetzt hier in diesem beispiel gar nicht mehr so sehr realistisch ist wir müssen das ganze auffassen naja das ist eine starke seite die wir hier haben sieht sogar halbwegs fünffällig aus wie wir hier sehen können zack 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 und hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher was es wird aber eben ganz klarer anstieg wir sehen selbst wenn wir das nicht so genau zuordnen können wir haben hier eine knubbelphase gehabt hier sogar so ein klassischer dreiweller wieder wir haben hier eine korrektur gehabt in irgendeiner form dazwischen ist eine starke bewegungsrichtung und das mutet halt an dass es in irgendeiner form dieses sehr dynamische umfeld eines impulses ist sieht in der theorie relativ einfach aus nämlich so wir haben immer wieder anstiege mit rücksetzern zwischendrin aber die rücksetzer sind weit voneinander entfernt hier seht ihr ein da seht ihr ein zum beispiel oder auf kleinerer ebene hier ein klein da ein das ist die schönste form einer oder eigentlich die die relevanteste form einer starken trendbewegung ein impuls entsprechend und das ist immer sehr ermutigend das haben wir aktuell jetzt hier beim dow jones das haben wir aktuell auch beim s&p 500 wenn ihr euch jetzt wundert die kürzel das sind immer die futures hier für mich das hier der s&p 500 auch hier haben wir im wesentlichen hier vorne ein rücksetzer wir haben hier ein rücksetzer oder zumindest mal hier das gesamtknubbel teil hier ich sage jetzt mal bewusst knubbel teil das könnte man noch ein bisschen spezifischer auflösen im sinne eines beispielsweise eines flats das heißt wir sind hier runter zack und das auch das gibt es hier als korrektur da kommen wir gleich noch mal drauf wenn wir auf den dax schauen aber insofern hier irgendwo eine korrektur hier irgendwo eine korrektur jetzt noch mal ein anstieg und schon sind wir in genau diesem fünffälligen verhalten in der mitte möglichst stramm nach oben und zwischendurch mein päuschen aber die möglichst weit voneinander entfernt das macht einen sehr guten eindruck und schreit förmlich danach dass der nächste rücksetzer den wir bekommen und den werden wir bekommen das ist hier relativ sicher dass der kommen wird ob der genau an der stelle kommt das wissen wir nicht aber das wäre quasi die nächste chance da wieder einzusteigen das ganze geht natürlich auch auf der kleineren zeitebene hier im fünf minuten chart im ein minuten chart theoretisch da zu gucken ob man so ein verhalten eben findet wenn es offensichtlich ist dass man irgendwo drei welle hat der auch wirklich drei wellig daneben aussieht hier sieht das so ein bisschen zack 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 das ist drei wellig also wenn ihr so etwas seht dann habt ihr einen indiz es ist leider nicht mehr als ein indiz viele sagen ja mensch aber du hast doch selber keine ahnung das stimmt natürlich weiß es ja nicht aber drei welle kann man relativ leicht finden und dann hat man vorläufig erst mal eine idee dass sich das ganze fortsetzt die höhe der fortsetzung die ist im zweifelsfall nicht bekannt die ist dann insbesondere bekannt wenn das die erste bewegungswelle ist wenn wir einen anfang haben hier wenn das also der anfang ist dann kommt danach auf jeden fall noch mal ungefähr diese entfernung das ist im prinzip diese theorie wenn das die erste welle ist hier danach kommt noch mal eine es gibt eine ausnahme flat lassen wir jetzt in dem moment mal außen vor das können wir in dem fall ausschließen warum können wir das ausschließen weil der kurs hier von weit oben kam das qualifiziert das auch als wie wir manchmal sagen echtes tief damit ist das eine echte erste welle rücksetzer und so weiter da der kurs jetzt im moment gehen wir mal raus aus minuten chart der ist natürlich ein bisschen kurzzeitig da der kurs jetzt im moment ja von diesem tief ausgehend hier von diesem tief ebenfalls eine erste welle macht wenn dann jetzt hier die etwas größere korrektur kommt dann wäre das die erste welle dann wäre nach der korrektur zu erwarten dass der kurs als nächstes nach oben ist wie sieht eine korrektur aus zwei formen der korrektur variante 1 ist abc variante 2 ist mehrfach hin und her beides ist ein korrektives verhalten hier sehen wir dass es viele kursüberschneidungen gibt das ist ein klassiker hier sieht man es so ein bisschen wenn es vielfach hin und her geht dann ist das typischerweise nicht die haupt trend richtung in die wir da unterwegs sind so das heißt wir haben eine möglichkeit dann gegebenenfalls zum beispiel hier triggern zu lassen oder wenn es dann doch so aussieht hier triggern zu lassen bitte nicht irreführen lassen weil ich das jetzt hier anlege es kann ohne weiteres sein dass es erst da oben relevant wird oder dass es erst da oben relevant ist weil der kurs noch weiter steigt das wissen wir im moment ja noch nicht im moment gibt es kein anzeichen für eine schwäche deshalb kann man jetzt nicht sagen ja der markt regt jetzt sofort wenn er aber diesen rücksetzer gemacht hat in der form wie wir beschrieben haben dann hätte man mit dem trigger eine ganz gute idee was man da machen kann vielleicht dazu noch ein zusätzlicher hinweis wie groß muss so ein rücksetzer sein wäre das dann hier auch schon einer wo ich dann sagen kann das was wir hier haben da hinten dran dafür gibt es ebenfalls eine klassische größe und diese größe orientiert sich so ungefähr an den fibonacci niveaus wo auch immer das hoch ist wir tun jetzt mal so als ob das hoch hier wäre das wissen wir noch nicht genau aber nehmen wir das mal so an wenn jetzt der kurs hier runter kommt dann wäre eine klassische zielgröße ungefähr diese box merkt euch die 61 8 merkt euch die 38 irgendwo darf ein bisschen höher darf ein bisschen tiefer aber das ist die zielbox macht er nur so einen kleinen rücksetzer dann könnt ihr nicht notwendigerweise davon ausgehen dass das sofort wieder kommt denn das könnte eine untergeordnete sein im sinne quasi einer solchen bewegung und dann könnt ihr natürlich nicht sagen ah bei dieser kleinen bewegung erwarte ich jetzt dass es das große bild jetzt so nochmal gibt ja also deshalb das von der größenordnung ein bisschen in die entsprechende relation reinbringen dann passt das schon aus aber ihr seht schon eigentlich spricht alles für die long seite diese märkte sind absolut jetzt im moment wieder erholt was das angeht und nicht nur erholt im sinne irgendwie hoch geschleppt sondern sie sind wirklich mit schwung nach oben das sieht man daran dass wir eben große unterschiede haben zwischen den pause zeiten und das gibt einfach den besten drive auf der oberseite der nasdaq ist hier noch ein bisschen hinterherhinkend aber auch der hat hier eine große korrektur hat hier eine große korrektur aber auch diese sind nicht überschneidend ja da ist der abstand zwar nicht so groß aber ist es eben nicht überschneiden das wird als indiz gerne gesehen dass der markt da in der haupttrendrichtung noch unterwegs ist also ich lehne mich mal aus dem fenster eigentlich müsste jetzt hier die fortsetzung nochmal kommen dann hätten wir auch hier den fünf feller unterbrochen von zwei korrekturen und dann kommt wieder die nächste größere korrektur auch da messt ihr wieder fibonacci von da bis da beispielsweise habt den rücksetzer habt dann ein mögliches zielniveau eine box eventuell auch ein cluster an den marken also dass da mehrere marken übereinstimmt sind das kann ich in einem anderen videobeitrag mal zeigen und dann hat man die chance vielleicht hier rein zu gehen da ist die trefferquote nicht so hoch aber ein geiles chance risiko verhältnis muss man aber auch ein bisschen leidensfähig sein weil nicht jedes mal das gut geht und die alternative wenn man hier rein geht ich kann euch versprechen auch das wird nicht immer gut gehen aber die chancen sind wenn ihr so einen typischen drei weller habt nicht so schlecht dass der kurs sich dann entsprechend da nochmal weiterentwickelt und wenn es eben nicht drei wellig ist sondern irgendwie mehrfach wackeln ihr das nicht so zuordnen könnt aber eine seite stark habt ihr einen da eben relativ schwach dann ist das eine relativ gute idee so ihr seht dass der amerikanische markt sieht gut aus gibt es nicht so viel zu maulen aktuell einen rücksetzer fände ich klasse damit man dann wieder schön einsteigen kann um dann auch im vielleicht etwas größeren bild das vielleicht nochmal laufen lassen zu können im moment sieht es zumindest mal nicht danach aus als ob der markt jetzt echten schaden genommen hat sonst hätte er nicht so kontern sollen oder dürfen so dann gucken wir nochmal auf den dax das ist der blödste von all denen denn der hat von diesem tiefpunkt hier ausgehen zwar erstmal einen tollen anstieg dann ist er runtergekommen und jetzt haben wir hier aber auch das ist mit kursüberschneidung und kursüberschneidung ist immer etwas wo ich sage warum wenn ihr doch guten mut ist warum geht der kurs nochmal rein das ist alles nicht so gut wenn die dinge überschneiden und entweder gehört der zu dieser kategorie das weiß ich nicht weil der sehr klein ist aber gäbe eine überschneidung wenn man sagt ja vergleichsäpfel mit birnen der und der passen doch zusammen okay auch gut aber auch die überschneiden das heißt hier ist die aufwärtsbewegung weitaus weniger cool wenn ich das mal so sagen darf weshalb ich beim dax im moment am ehesten noch den gedanken habe dass das wirklich auch nur noch korrektiv ist und der kurs als nächstes doch nochmal nach unten geht ich will es nicht beschreien ich weiß es nicht aber ich habe so den eindruck diese marke ist noch nicht komplett vom tisch aber die wir auch schon gesprochen haben hier als ein unterstützungsniveau 18 ne der so schlimm ist noch nicht aber 14.800 hier beim dax kann ich mir immer noch vorstellen zumindest ist das weitaus weniger bullisch aussehend als das was wir in amerika aktuell haben und ich könnte mir vorstellen dass das was die amerikaner jetzt haue ich mal nagel in die wand wenn die jetzt tatsächlich sagen so jetzt machen wir diesen rücksetzer dann ist er da angekommen dann kann man sagen hey ist doch cool haben wir doch wieder alles bekommen wie es sein soll und anschließend gehen dann alle hand in hand in den sonnenuntergang und freuen sich über steigende kurse so soweit meine idee hierzu euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße und viel erfolg an den märkten